abwarten und tee trinken meine freunde ich habe ja schon ein reaktionsvideo das erste reaktionsvideo auf das neue video von rammstein veröffentlicht deutschland heißt das ja nur leider wir haben ja letztens erst über artikel 13 gesprochen wurde dieses video direkt von der band gesperrt bisschen schade denn es ist relativ schwierig über ein video und lied zu sprechen wenn man weder das video noch das lied benutzen darf wir werden jetzt einfach beides versuchen und immer wenn ich sage jetzt stellt euch die szene in minute 2 und 50 sekunden vor dann müsste es einfach frei imaginieren oder noch mal nachschlagen herzlich willkommen im internet deutschland 2019 nein also ich versuche das trotzdem jetzt so ein bisschen zu analysieren was uns dieser neue rammstein song denn eigentlich gebracht hat denn ich muss ja sagen bevor es gesperrt wurde mein video war ja eigentlich ganz positiv überzeugt wir haben nämlich nach zehn jahren das allererste video die allererste single auskopplung von rammstein und das ist ein jahrzehnt ein jahrzehnt krass wie schnell die zeit vorbeigegangen ist und das ist eine band die so lange nichts veröffentlicht noch so relevant sein kann wie rammstein also es gibt eigentlich relativ wenig aus deutschland das weltweit so relevant ist wie rammstein und dementsprechend war ja die erwartung an das was dann produziert werden würde als nächstes entsprechend hoch und das was wir da jetzt zu sehen bekommen haben war nicht einfach irgendein musikvideo oder irgendein schocker es war im grunde eine wie so ein potpourri aus den unterschiedlichsten netflix serien die zusammen geschnitten wurden es geht um deutschland der titel verrät schon und zwar aus einer sehr faszinierenden perspektive nämlich aus der perspektive zukünftiger generation oder vielleicht auch eines außerirdischen volkes zumindest ist das meine interpretation die einen blick auf die geschichte deutschlands werfen das wird so stilisiert durch laser mit den skulpturen und die einzelnen szenen abgetastet werden und im endeffekt wird so eine art bewertung durchgeführt wir hatten ja bevor das video veröffentlicht wurde so eine kontroverse ja wir sehen da jetzt hier heftlinge am galgen stehen das sieht ja aus wie wie im kz rammstein stilisieren sich jetzt wohl über kz inhaftierte das geht ja gar nicht und das zeigt ja mal wieder wie rechts die band ist und dass das mal wieder absoluter blödsinn war und das vermutlich gezielt so als ausschnitt gewählt wurde um dann gewisse gewissen interpretations spielraum zu schaffen das liegt eigentlich auf der hand denn innerhalb dieses videos werden die unterschiedlichsten abschnitte deutscher geschichte betrachtet das beginnt im endeffekt mit einem mit einer szene im teutoburger wald ich gehe mal davon aus wir sehen römer wir sehen eigentlich jemanden der vom von der kleidung her germanischen ursprung sein könnte aber jetzt kommt ein punkt den finde ich mega gut gewählt nämlich es ist eine kriegerin und die kriegerin ist schwarz und damit hat man mit einem ganz einfachen simplen mittel jeglichen vorwurf von nationalismus und rassismus komplett vom tisch gefegt denn germania also die impersonifikation des landes über das sie singen ist quasi das gegenteil von dem was so ein schutzgöttin oder das land an sich ja charakterisieren würde und wir sehen im endeffekt immer wieder szenen die sagen mal die geschichte deutschlands nicht wirklich in einem guten licht erscheinen lässt wir sehen hexenverbrennung wir sehen eben dritte reich wir sehen banküberfälle wir sehen krieg wir sehen auch sehr interessant dass das thematisiert wird ausschnitte aus der ddr ddr-regime was ja für eine band aus aus berlin durchaus eine große rolle gespielt hat die ja in diesem system aufgewachsen sind und das alles verwoben 20er jahre straßenkämpfe hindenburg die explodiert und wir haben nicht nur einen rückblick auf die geschichte eben auch den ausblick auf das was theoretisch noch kommen könnte und wie gesagt alles mit diesen lasern verbunden die immer wieder in die szenerie eingreifen und dementsprechend meines erachtens so einen scan vorgang symbolisieren also jetzt haben wir das ganz kulturwissenschaftlich durchdrungen prinzipiell muss ich sagen ich bin wirklich wirklich positiv überrascht von dem was rammstein uns da anbieten weil das die qualität dieses videos ist einfach unschlagbar ich glaube ich habe kein musikvideo gesehen mit einer solchen produktionsqualität und ich finde es wirklich sehr gut dass es überhaupt bands gibt die sich sowas leisten können dass es bands gibt die das was sie an an reichweite an geld und an potenzial haben auch nutzen um dann etwas zu schaffen das so herausragend ist wie diese produktion und dass der song der dahinter steckt mit seiner message die ja innerhalb dieser bilder auch sehr gut rüber kommt nämlich die diese dieser zwiespalt zwischen dem was deutschland quasi darstellt als nation jetzt als moderne nation die ideale für die sie steht aber auch die geschichte die ja viel länger ist als der nationalstaat an sich ja also eben zurückgehend auf manche historiker sagen varus schlacht bis hin zu den bewegungen die dann ein kaiserreich oder ein demokratisches deutschland formen das alles ist quasi ambivalent und man weiß in einer zeit in der die grenzen immer stärker werden mindestens in den köpfen wie auch auf den landkarten man weiß gar nicht wie man sich einer solchen nationalfrage überhaupt nähert und genau diese thematik ja genau diese thematik besprechen rammstein in diesem song und deswegen finde ich ihn vor allen dingen jetzt in dieser zeit wahnsinnig aktuell und thematisch wirklich sehr gut gewählt also ich bin bis auf den umstand dass sie mein reaktionsvideo gesperrt haben eigentlich ganz positiv angetan von dem neuen rammstein aber ich muss jetzt eigentlich von berufs wegen erst mal bisschen bitchy sein beef bringt klicks habe ich gehört mich würde mal interessieren kennt ihr denn eigentlich musikvideos die von dem von dieser von diesem anspruch vergleichbar sind mit dem was wir jetzt hier bei deutschland gesehen haben schreibt mir dort unten in die kommentare würde mich wirklich wahnsinnig interessieren ja ansonsten bedanke ich mich sehr dass ihr dabei gewesen seid zumindest jetzt wenn ihr mein erstes video verpasst hat dann tut es mir sehr leid das war eigentlich ganz cool weil es gibt wirklich einige szenen in diesem video wo einem die kinnlade offen bleibt wenn man es zum ersten mal sieht und das waren glaube ich sehr lustige reaktionen die wir da auf video aufgenommen haben aber was soll es die frage ist immer wie geht man damit um wenn man solche reaktionsvideos hat und in den usa gibt es dieses fair use prinzip das ist völlig legitim solche inhalte zu benutzen und zu verarbeiten und zu bearbeiten eben weil man damit ja wieder neues schafft aber gut in europa wurde das von anfang an anders gesehen dementsprechend eigentlich scharf genug dass man artikel 13 eigentlich überhaupt nicht gebraucht hätte aber gut wem sage ich dass das ist wieder eine andere thematik ich versuche jetzt mal einen tag noch urlaub zu haben wir sehen uns dann im nächsten video wenn ihr das verfolgen wollt was ich sonst so mache dann gebt mir doch einen daumen nach oben oder am allerbesten abonniert meinen channel oder zumindest mich auf instagram bis denne tschüssikowski